Frau Traut, dieses Jahr war Ihre große Metapher das Theater. Das habe ich gerade eben schon mal gemerkt, dass das mich auch besonders gefreut hat. Wie kommt das? Betrachten Sie das Ganze als eine große Show? Wir haben in jedem Jahr eine Metapher. Also wir hatten schon Fitnessstudio, Schokolade, wir hatten auch schon Kino, wir hatten griechisches Sagen. Ich finde aber im Moment ist das Theater das Angebrachteste, weil seit 2016, seit Donald Trump, seit Brexit ist alles eine große Bühne und alles wird zelebriert. Und deswegen lag es eigentlich auf der Hand, das Theater zu wählen. Letztes Jahr waren Sie entgegen des Trends ja unfassbar optimistisch, auch gerade was den DAX betrifft. Wie schätzen Sie dieses Szenario dieses Jahr ein? Sind Sie da immer noch? Weil ich habe so ein bisschen rausgespürt, dass Sie da so eine kleine Diskrepanz zwischen Schaden und aber dann doch Hoffnung beschreiben. Wo positionieren Sie sich da? Also das laufende Jahr war ein wunderbares Aktienjahr und wir werden vermutlich die historischen Höchststände sogar in diesem Jahr noch sehen. Das heißt aber, dass die Bewertung enger wird und selbst wenn die Konjunkturerholung kommt, hat das der Aktienmarkt schon antizipiert. Und dann bleibt für das nächste Jahr, obwohl wir dann eine Konjunkturerholung haben, nicht mehr ganz so viel Platz. Aber wir erwarten immerhin, dass der DAX, was er in solchen Phasen macht, immer etwas überschießt. Also wir gehen über 14.000. Die Rallye ist noch nicht vorbei. Wird das jetzt zu einer Gewohnheit? Nein, das wird zu keiner Gewohnheit. Ich erinnere nur an das Jahr 2018, da hat der DAX um 20 Prozent korrigiert. Auch das gibt es immer wieder. Also man muss auf die Konjunktur gucken, man muss auf die Stimmung gucken und man muss auf die Bewertung gucken. Und diese ganz tollen Jahre, die gibt es üblicherweise halt immer auch nur nach starken Rückgängen. Von welchen Seiten erwarten Sie große Impulse? Also gerade wenn man das vielleicht als Stück betrachtet, dann gibt es ja bestimmt auch, sagen wir, Hauptspieler. Wer sind die? Also meine beiden Hauptdarsteller sind die großen Blonden jenseits des Ärmelkanals und jenseits des Atlantiks. Und der wichtigste ist natürlich Donald Trump. Und das Problem ist ein bisschen, er ist sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller. Das heißt also, er mischt mit und kann deswegen auch das Stück manipulieren oder steuern. Und deswegen ist er der Allerwichtigste und es geht um den Handelskrieg. Und wenn der beendet wird oder zumindest Waffenstillestand, dann sind die Chancen gut, dass 2020 konjunkturell ein gutes Jahr wird. Wie sollen sich Anleger verhalten, wenn man Sie vielleicht ein bisschen in einem kleineren Theaterstück als Spieler betrachtet und Sie als Regisseurin? Was würden Sie Anlegern Raten anweisen? Also meine Regieanweisung für 2020 ist relativ einfach. Also erstmal 2020 ein Theaterabo kaufen, dann die Sichtweise etwas entspannter auf die Welt zu sehen und in Szenarien denken. Und das Zweite ist natürlich auch Heller bei Research abonnieren, weil wir informieren, fortlaufen über die aktuelle Situation. Wie verhalten sich die Hauptdarsteller? Wie ist der Markt? Und aktuell empfehlen wir noch in Aktien drin zu bleiben. Wir sehen auch noch Potenzial in Gold, aber halt nicht mehr ganz so viel, wenn unsere Wechselkursprognose dann aufgeht, der Euro stärker wird. Dann bleibt da nicht mehr ganz so viel über im Hauptszenario. Renten ganz schwierig, weil die Zinsen bleiben negativ. Also es sind die beiden Gewinner, die wir auch in diesem Jahr schon hatten, also Aktien und Immobilien, werden vermutlich weiterlaufen. Danke, damit schließe ich den Vorhang und freue mich sehr über das Gespräch und bedanke mich.